Hallo Leute, hier ist wieder der Xeonscouter mit der, ähm, mit dem NES Random Race, und wir spielen Donkey Kong. Hier muss ich drei Level abschließen. Ich muss sagen, ich hab, ich hab das, ich hab dieses Spiel nie gespielt, ich hab dieses Spiel wirklich nie eigenhändig gespielt, und hab keine Ahnung, was mich hier erwartet. Alles, was ich noch weiß, ist, äh, sind diverse Aussagen, die ich mal dazu gehört hab, unter anderem, dass, ja, dass wir draufgehen, wenn wir zu tief fallen. Drei Level, ja, das erste hab ich, aber das muss halt nix heißen. Bin ich zerquetscht worden? Ja, wenn ich nicht weiß, wo diese dumme Flamme hingeht. Und da hier leider auch der Zufall sehr präsent ist, kann ich halt leider auch, dass der halt direkt runterfällt. Naja, damit war's das jetzt schon wieder, ne? Ja. Ja, ja, ja. Drei Level soll's sein. Eine halbe Stunde hab ich Zeit. Na, mal gucken, ob das hinhaut. Und, theoretisch könnte ich mir diese Hammer holen. Mit denen wär die ganze Sache... Aber damit können wir nicht klettern, das ist das Problem an den Dingen, äh, daran. Ja, und vor allem, wenn, äh, wenn sich das Teil, äh, ja, toll. Super! Vor allem, wenn sich das Ding dann überlegt, auszulaufen kurz bevor mich so ein Fass trifft. Ne, vergiss die Hammer. Vergiss die. Die bringen mir gar nix. Mag grad sagen. Jumpman würdest du... Ach, ja. Zufallsbasiert hat. Wenn sie im Spiel ist, hab ich das Prinzip Pech. Ach, die achte Herausforderung. Und ich würd bisher durchaus sagen, Ich hab den größten Mist gezogen. Äh. Bis her hab ich wirklich großen Mist gezogen. Ach, geh da hoch. Ich sag mal, das einzige, wie's jetzt noch schlimmer werden kann, und das wird's höchstwahrscheinlich. Das wäre, dass ich noch Gradius ziehe. Aber wollen wir doch mal sehen, nicht wahr? Sollte du mit Flamme geh gefälligst runter. Damit ich hier rüber kann. Äh, das nächste Problem, diese Sprung... Feder... Ach, Gott sei Dank. Nummer zwei. Ach nein, das war ja... Da musste ich ja das hier machen. Oh mein Gott. Genau, da muss man ja jetzt hier überall... ...drüber laufen. So. Ihr bewegt euch aber aus Prinzip immer nur... ... in eine Richtung. Da her. Ob das so gut ist. Na komm. Beweg dich weg von mir. Nein, machst du nicht. Jetzt brauche ich eine günstige Situation mit den Flammen. Na komm schon runter, du dumme Flamme. Ach, nicht mal kaputt hauen kann ich dich. Und ne Zeitbegrenzung gibt's auch noch. Und Game Over. Super. Toll. Nur weil die eine Flamme sich da nicht wegbewegen wollte. Ich weiß, dass ich mich eigentlich nicht mehr bemühen müsste. Nicht, dass ich den eh schon verloren habe. Nichtsdestotrotz... ... habe ich offengestanden auch keinen Bock... ... hier weniger zu leisten. Das sehe ich irgendwo auch nicht an. Ja, weil mir aber generell heute die Zeit ausgeht... ... werde ich den Rest wohl auch nicht mehr heute machen. Hm. Super. Wieder die zwei Fässer gleichzeitig. Ah! Ja, schmeiß halt... ... schmeiß die Dinger halt noch... ... schief durch die Gegend, weißt? Ist ja noch nicht schlimm genug. Meine Fresse. So, jetzt haben wir das erste Level mal wieder durch. Müssen wir hier wieder warten... ... bis diese dumme Flamme sich entscheidet... ... wieder nach unten zu gehen. Danke. So. So. Das war knapp. So. Ein weiteres Mal dieses Level. Ein weiteres Mal dieses Level. Dann wird's arg. So. Hier kann mir die Flamme wenigstens nicht folgen. Es ist ja egal, an welcher Stelle ich das Ganze abschließe. So. Komm jetzt! Nein! Ah! Sehr schön. Das waren drei Level. Bitteschön. Diese Herausforderung wäre auch geschafft. Nö. Kannst mich mal. Man sieht sich bei der nächsten Herausforderung. Ich bin Exi. Bis dann, Leute. Tschau. So. Ich hoffe, das war nicht zu wenig.